Freut euch auf jede Menge neue Spiel- und Bastelideen. Wow, Nikolas hat noch mehr neue Bastelideen. Divers mit einer super starken Superheldin. Einem coolen Stiftekopf, einem Wurfspiel oder einer total verrückten Maske. Je verrückter, desto besser. Knetet, schneidet, klebt, malt und werdet selbst zu großen Künstlern. Seid dabei und bastelt mit. Bastelspaß bei Art Attack im Disney Channel. Einem coolen Stiftekopf